Wir sind zurück. Wir haben uns vorgenommen, die Landschaft nachzuschauen und gleichzeitig ein bisschen Rennen zu machen. Passstrasse, wir haben nicht gefahren. Ja, ich habe die noch nie freigespielt, obwohl, mal. Setzt doch bis dahinter. Die ersten 100 Meter. Das heisst, die geht, warte mal schnell. Oh, die geht ja mega weit. Ja, ja. Kannst einfach immer auf der Erde bleiben. Gehen wir bis zur nächsten Kreuzung mal, da setze ich den Wegpunkt. Dort ist unser Ziel. Wie weit sind wir da? Weg. 15 Kilometer. Ja gut, Michi. Machen wir, wenn das nächste Auto hinter uns durchfährt. 3, 2, 1, go. Oh, da sieht man schon die 5 Newtonmeter, wenn ich mehr habe. Ich gebe dir jetzt einen Fäun. Achtung, Büffel. Da ist mich einfach ein Büffel hineingeschupft. Was? Nein, wir müssen ins Büffel. Da ist mich einfach ein Büffel hineingeschupft. Ich habe das Rehenwald kuschelt. Ich habe das Rehenwald kuschelt. Das hat wirklich eigentlich, äh, wie fair ist. Nur ist es ein wenig stärker, Huwe. Ja, es ist Mühe. Es ist wirklich ein Mühe. Wir können bei der ganze Strasse fahren, die ist länger als 15 Kilometer, Huwe. Ja, ich kann es einfach mal bis zur ersten Kreuzung. Ja, wir brauchen gar keinen Wegpunkt bei das. Immer auf dieser Strasse bleiben. Du warst ja so am Booster die ganze Zeit. Nein, ich bin einfach schöner gefahren als du. Kennst du? Ja, das hat die ganze Zeit eben so getönt. Ja, du fährst natürlich mit dem Windschatten, du Sack. Ja, du fährst natürlich mit dem Windschatten, du Sack. Oh, das ist nicht so gut. Ja, das ist nicht so gut. So, ich probiere jetzt mal noch die Cockpit-Kamera aus. Das probiere ich nachher auch mal aus. So, ich bin jetzt auch mal im Cockpit. So, ich bin jetzt nicht so gut. Das war ziemlich, oder? Voll, ja. Ui, das war nicht so gut. Bist du mich so am Schieben? Ja, ich habe dich jetzt gerade schon bewusst versehen. Da habe ich ein bisschen abgremst, dass ich nicht weiter wäre. Ich habe gerade gedacht, ich bin Sack. Oder ich kann nicht so weit Drift. Hä? Sack geht aber weit hinten rum. Hey, ich wäre so schön ausgewichen. Sorry, ich sehe aber... Ich sehe aber nicht hin, weil der Rückenspiegel nicht funktioniert. Sorry. Das in der Beta funktioniert. Der Rückenspiegel nicht. Ah, hier! Wow! Du Doppel! Sorry, das habe ich wirklich nicht extra gemacht. Willst du mich verarschen? Du bist jetzt schon 290 Meter vor mir gewesen. Das habe ich jetzt echt nicht extra gemacht. Sorry. Fahr, fahr, komm wieder da. Ja. Geht es da das Loch ab? Rechts. Ja. Achtung, ich komme links vorbei, he? Ah, nein, doch nicht. Ja! Wo kommst du? Ja, ich musste improvisieren. Die Kurve falsch angeschnitten. Es war nicht dritter. Aber gerät nicht dritter. Jasen, der emphasierde kann. Ja, ich habe dich vermengen. Dann war hatten in Wetziasgen. Er war doch nicht für mich. Ja, ich habe ihn gemmacht. Ja, ich habe ihn gemmacht. Harst du dich jetzt sicher ist, Ja, ich habe müssen. Ich habe ihn zum Beispiel. Ich habe ihn gemmacht. Ich habe ihn ganz gemmacht. Das ist schwierig zu überholen, oder? Das ist mega schwierig, ja. Was hat da so ein Club? Wow, es rennt hier! Hi! Was ist passiert? Voll weit raus gekommen! Ja, jetzt überholst du mich plötzlich so schnell! Achtung, ich sehe dich nicht! Ich bin hinter dir! Ich muss wieder aufpassen, Huwi! Und abschiessen! Das finde ich eben geil! So hintereinander nachfahren! Wirklich dann überholen, wenn du kannst! Und nicht einfach voll... Ich bin rechts neben dir, gell? Aber du bist 8 Meter hinter mir, ist das richtig? Ja! Ja! Nein! Au! Bist du nicht oben? Tschau mich! Bist du runter? Ja! Ich bin wieder auf die Strasse und habe mich zurückgesetzt. Es ist wohl nicht so... ...so schön... ...anzuschauen, aber es ist besser, dass ich da den Berg aufkrebsen muss. Ah! 240! Wie fährst du jetzt? Ja, die Kurve habe ich jetzt nicht auf das Radar geschaut. Weil ich nicht sehe, dass die eigentlich so eng gezogen ist. Das geht runter, so! Wow! Soll ich auf dich warten, Huwi? Ja! Kannst du mal... ...10 Sekunden Pause machen! Soll ich mir da mal rechts vorne, da? Bist du jetzt welche Kamera? Cockpit! Ist noch geil, gell? Ja, ist noch cool! Uiuiuiui! Ich glaube, Cockpit ist zwar nicht super detailliert, aber äh... Das sieht so aus im Erdssinn. Das weiss ich. Ja, schön, den Haug abgesehen. Sorry, sorry, sorry. Du schickst das nächste Mal die Rechnung. Ich habe einen Zettel dort lassen. Mit einer Telefonnummer. Zettel. Da hat er dich voll abgeschossen. Du bist mir voll in den Weg hineingefonnen. Ich bin reingegossen, sorry. Voll müssen wir auf Klötze. Soll ich gleich weiter aus? Ja. Gut, gehen wir weiter. Das wird für mich eine Etappe sein. Kannst du den Merkpunkt nicht rausnehmen? Nein, ich müsste übrigens in die Karte. Eigentlich wärst du vor mir dort gewesen. Ui. Ich würde lieber so miteinander fahren, macht mir Spass. Ich habe dich gerade schön gehört, links ane. Nein! Nein! Oh, wow! Voll gegensteuert. Ah, sorry. Ich komme bis zu voll gegensteuert. Ja, ich habe es gesehen. Aber weißt du wirklich, wenn Wind schatterst, hast du so einen hohen Vorteil. Ja, das ist krass. Hallo zusammen. Ah, wir müssen gleich aufnehmen. Oh, jetzt. Was? Ja, du bist schnell versteuert. Oh, bitte. 5 Minuten. Ui, mich. Hast du das gesehen? Das nutzt doch gerade aus und zieh nicht mehr vorbei. Das ist ein Gumpel. Sehr schön. Ich sehe dich kaum, wie hinten die Heckscheiben stehen. Ja. Plus nur der Spoiler. Oh, ganz durch! Ah! Hast du es geschafft? Der hat mit einem Baum reingekommen, ja. Ich hätte jetzt voll auf die Klötze müssen. Oh, da ist der La Volpe. Es war gerade ein Fuchs. Und Sieg! Ja, das war es. Ein schönes Rennen, Michi. Ja. In diesem Fall, bis zum nächsten Rennen.